Guten Morgen meine lieben Freunde, ich wünsche euch erst mal einen schönen, einen schönen Sonntag. Ja, und ich habe heute ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Ich sage es jetzt frei, Schnauze, heraus. Sie wollen mich einfach, mich als Professor, sie sagen, ich werde verwirrt. Verwirrt, was ist verwirrt? Ich rede nur etwas scheiße raus. Jetzt wollen sie mich, jetzt wollen sie mich einfach in ein Altersheim reinstecken. Kannst du dir das, äh, äh, was wollte ich sagen? Kannst du dir das, äh, äh, vorstellen? Was soll ich da drin? Ich will doch einfach, einfach daheim bleiben. Daheim bleiben bei meinen Enkelchen und bei meinen Töchterchen und bei meinem Sohn. Früher, früher, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir Alten, natürlich, hatten wir ein Haus, da wohnten wir alle drin zusammen. Da wohnten die Alten, die Jungen und die Mütter und alle zusammen waren wir an einem Herd. Und jetzt, jetzt wollen sie uns einfach abschieben. Einfach, 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 was wollte ich sagen? Einfach abschieben, weil ihr etwas stottern oder so. Und was wollen wir in diesen alten Kasten, wo nur alte Leute drin sind? Und wir werden dahin gefüttert? Das will ich nicht. Ich will einfach nur daheim bei meinen Enkeln und bei meinen, was wollte ich sagen, meiner Tochter und, 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 und. Ich will einfach, einfach, einfach daheim bleiben. Ist das, ist das zu viel verlangt, nachdem ich alles für euch gegeben habe?